Nachschicht ist so langweilig momentan wie viele Küsse willst du unendlich viele Küsse klar kriegst du Kuss. Das ist doch mal nett. Ja uns ist die Decke auf den Kopf geflogen. Komm Lucky lass mal ein bisschen shoppen gehen. Was ist denn das? Magst du das oder was? Ach nee das ist eine Puderdose. Die brauchen wir nicht. Haben wir noch offen hier oder nicht? Öffnungszeiten bis 21 Uhr. Na ja jetzt kommen wir eine Stunde zu spät jetzt. Schade Lucky kommen wir nicht mal rein. Gehen wir woanders hin. Komm. Das war das Monstermäßige. Ja wie soll ich sagen. Also im Studio. Da ist es ja hier. Ja Lucky. Da brauchst du keine Angst haben. Im Studio ganz kurz. Also mir ist die Decke praktisch. Uns ist die Decke auf den Kopf geflogen. Und ist ja klar, dass man da auch mal raus geht. Also ich sehe auch nicht einen die ganze Zeit jetzt im Studio rum zu hängen. Alles nass. Scheiße. Füße nass. Handy auch nass. Scheiße. Nehmen wir kurz. Scheiße. Alles nass. Ja. Das ist natürlich scheiße. Jetzt muss ich erstmal ausziehen. Ne. Dann müssen wir in barfuß weiter Lucky. Damit habe ich nicht gerechnet. Alles ist nass geworden Mensch. Ja das ist natürlich. Gut. Schlaufe ich in barfuß. In Socken geht auch. So kommst du. Meust denn. Trinken geht's zu Hause. Das war die Wasserschlacht Leute. Das ist für ein Spezial. Das war spezielle Wasserschlacht. Wirklich. Und Handy ist aber. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Lacki. Lacki. Komm her. Lacki. Hier. Hier komm her. Komm her. Du kannst dich einfach abhauen. Ja und so. So sieht das aus. Ne. Wie gesagt. So ein Spezial und es wird immer interessanter irgendwie. Handy funktioniert aber noch Leute. So ist das. Jetzt wollen wir erstmal nach Hause wieder Lacki. Jetzt fliegt uns hier das Wasser um die Ohren. So sieht es aus. So komm.